Als Mitarbeiter des Pharmaunternehmens Böhringer Ingelheim beschäftigen wir uns hier in Biberach mit der Entwicklung von Herstellungsverfahren für biopharmazeutische Produkte. Diese Produkte ermöglichen neue und vor allem innovative Therapien und haben dadurch in den letzten Jahren sehr stark an Bedeutung gewonnen. Im Gegensatz zu anderen Industriezweigen ist die Anwendung von KI-basierten Lösungen im Bereich der Biopharmazie noch nicht so weit verbreitet. Das liegt zum einen daran, dass wir sehr komplexe Prozesse haben, zum Teil biologische Prozesse, und zum anderen müssen wir sehr aufwendige Experimente durchführen, um Daten zu generieren. Diese Experimente dauern zum Teil Wochen. Um diese Problematiken zu umgehen, benutzen wir in unserer Lösung eine Kombination aus naturwissenschaftlichem Verständnis über unsere biotechnologischen Prozessen, aber auch klassischer computerbasierten Lösungsansätzen, um letztendlich digitale Zwillinge zu erzeugen. Primär ermöglichen sie es uns, das Verhalten von unseren Herstellungsverfahren am Computer nachzubilden und somit halt auch diese Herstellungsprozesse digital, also virtuell zu entwickeln und zu optimieren. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017